Liebe Mitmenschen, diese Anrede habe ich gewählt, weil ein Geschäft immer noch von Menschen gemacht wird. Und diese Menschen haben es geschafft, dass wir doch einigermaßen erfolgreich durch dieses Jahr gekommen sind. Ein schwieriges Jahr, mit einem Krieg in unmittelbarer Nähe, mit einer hohen Inflation, mit schwachen Lieferketten und internationalen Handelskriegen. Das alles haben Sie und wir gemeinsam gemeistert. Und dafür möchte ich und das gesamte Herberner Pumpenteam uns ganz herzlich bedanken. Ihnen und Ihren Liebsten eine frohe Weihnachtszeit, viel Glück und Gesundheit und ein gutes Jahr 2023.